wow ihr pferdenerds und herzlich willkommen zu einem neuen smarty update diesmal ist es nicht so ein schönes thema tatsächlich weil was passiert ja ist ein bisschen schade weil das update ist es gibt nicht wirklich ein update also wir können nichts schönes zeigen und zwar unser smarty wir hatten ja eine echt gute phase wo wir wirklich viel mit ihm ins gelände sind und er hat das auch richtig gut gemacht und dann war auch die osteo noch mal da tatsächlich hat sich sehr gefreut über die entwicklung von ihm ja wir uns ja auch nur der punkt dass er noch ein bisschen mehr zunehmen sollte genau er war halt sehr spack also vielleicht haben wir noch mal vorher nachhalt bilder aber er war ja dieses pferd mit dieser plauze unten dran und dann war diese plauze hat weg aber das pferd war immer noch sehr spack und sie war so nächsten guter weg macht das so weiter aber füttert halt mehr zu was total sinn ergibt und hat ein paar sachen empfohlen die immer ganz gut funktionieren bei allen pferden ja dann haben wir ihnen dazu gefüttert und irgendwas es muss ja nicht das futter gewesen sein aber vielleicht hat das da reingespielt sagt ist es gekippt und er hat nicht zugenommen er hat massiv abgenommen und wirklich massiv also der war so ja also bisschen sieht man jetzt auch noch zeigen zeigen wir euch gleich dann auch noch ein bisschen näher aber er hat halt sehr sehr krass gemäkelt weil er hat halt von jetzt auf gleich gefühlt nur noch die hälfte von dem gefressen was er normalerweise frisst und er hat gefressen aber halt langsam und dann viele pausen und dann das will ich nicht mehr und und keiner wusste so richtig woran das jetzt liegt danke flugzeug und der witz war halt dass wir natürlich dann zugesehen haben dass er über heukorps espersette kops und was man so typischerweise füttern würde rübenschnitzel und so halt zumindest seine substanz erhalten kann aber was frisst der herr nicht so gerne er mag keine rübenschnitzel also so gar nicht ich war immer ich dachte ich bin fuchs und ich habe immer ich habe versucht eine mischung zu finden wo es frisst so also heukorps mit rübenschnitzel gemischt am anfang war es so 50 50 und es wurde immer weniger rübenschnitzel und er hat es halt immer stehen lassen ja und das blöde ist du kriegst ja nichts reingezwungen ins pferd der hat halt sein heu nicht angefasst das war halt das ist das hau problem an der sache weil wenn das heu nicht stimmt was soll da ans pferd rankommen und ich meine jeder der glaube ich ein altes pferd hat oder hatte der weiß wie ätzend es sein kann bottig hinterher zu tragen noch ein bottig rein noch ein bottig rein noch ein bottig rein war auch da ist ja begrenzt was sie halt essen können ja irgendwann ist erst mal voll und dann ist wieder pause und naja jedenfalls die heukorps hat er dann auch irgendwann gar nicht mehr gewollt espersette ging immer zuverlässig darf man ja aber nicht über eine gewisse menge halt füttern ja weil das dann wieder negative effekte hat aufs pferd dementsprechend waren wir sehr begrenzt was die was das futterangebot für das pony angeht und wir haben ihm heu in diversen variationen angeboten also wir hatten alles dabei wir hatten trockenes in netzen wir hatten trockenes in der heu rauf wir hatten trockenes auf dem boden in kleinen häufchen in großen häuschen wir hatten nasses netz wir hatten nasses auf dem boden wir hatten getunkte netze auf dem boden sowie hingehangen wir hatten bedampftes heu in netzen sowie auch lose auf dem boden nichts fand er alles furchtbar was er als erstes wieder angefangen hat zumindest war tatsächlich sehr ausgelesen kleiner häufchen trockenes loses auf dem boden ja genau also bedampftes ging am anfang für zwei tage auch ganz gut und dann wollte es auch wieder nicht mehr also das war es war ein drama könnt ihr euch vorstellen ihr könnt auch gerne mal dazu in die kommentare schreiben was eure gedanken dazu sind gerne einfach schon mal raushauen aber ihr werdet am ende des videos erfahren wie dann jetzt so der aktuelle stand dann jetzt ist und was das ergebnis irgendwie dann war weil keiner wusste was mit diesem pferd ist so bis ich bin trotzdem ich weiß genau was in den kommentaren explodieren wird ja ja und ich kann halt ich finde es so ätzend weil das sind auch unsere gedanken und das hört aber keiner zu ja genau aber schreibt gerne mal rein schreibt es bitte rein wir können das uns denken aber der witz ist jetzt halt passt auf natürlich haben wir tierarzt geholt und so weiter weil nämlich an einem tag dann also immer war das so naja naja zähne ja ne zähne sind es aber nicht oder ja aber er frisst ja ja ein bisschen gras hat er übrigens auch gefressen aber auch jetzt nicht so dass man sagt er hätte da gerne rein gehauen alle anderen pferde ja geil super eher nicht bis es dann zu einem tag dann kam als es dann wirklich schlimm war und er auch sehr sehr schlecht geatmet hatte er wisse er hat ja sowieso ein atemwegs problem und wirklich nur noch haut und knochen war tierarzt wieder gerufen tierarzt reagiert mit na steht er denn noch wieso naja ich renne hier gerade nur von einer kolik zur anderen also wenn er noch steht dann komme ich morgen also nur um da mal einen einblick zu geben wie schlimm das teilweise halt bei anderen pferden gerade war wegen krassen wetterumschwung von heiß auf regnerisch kalt da war er dann noch ein geringeres problem ja auf jeden fall haben wir dann tierarzt kam und so weiter hat sie ihn sich angehört hat ja der ist schon dünner und der atmet schon schlecht ja wissen wir ja was wollen wir denn machen eigentlich so naja ich hätte gerne ein großes blutbild wirklich mit allem einmal okay na gut ja also wir könnten ihm kortison geben für die atmung okay wir wissen alle wenn wir kortison geben geht es für die zeit aber dann fängt er wieder an aber zumindest dass er sich nicht mehr zwischen atmen und fressen entscheiden muss weil so saß zu dem allerschlimmsten zeitpunkt dann auch irgendwie aus aber wir haben blut abgenommen fünf dicke ampullen und das pferd fing wieder an zu fressen das will mir immer keiner glauben mex glaubt es mir auch nicht aber an dem tag ging es dann wieder bergauf dass er ganz normal gefressen hat so wie jetzt halt auch also der haut jetzt auch gerade da in seinen bottich da rein den er sonst auch immer verschmäht hat ach so ja das ist dann auch vielleicht noch dazu sagen also natürlich gemerkt haben das geht in die falsche richtung beim füttern haben wir alles weggelassen was irgendwie müsliartig war wir hatten ihm auch kein getreidemüsli es war alles getreidefrei weil wir ja schon wissen das schlägt bei ihm halt ziemlich durch da haben wir schon darauf geachtet so aber auch da ist es halt wie gesagt dann eher schwierig wurde in das pferd was rein zu kriegen haben wir alles weggelassen außer halt es passierte kopf also solche geschichten und es wurde auch zunehmend besser mit flohsam schalen jetzt leinsamen und er hat einen magensaft gesponsert bekommen ja da sind wir sehr dankbar den hat er sehr gemocht tatsächlich von daher hat so seine zwei drei gedanken dazu aber wir haben das thema magen halt an verschiedenen stellen hat auch mehrfach angesprochen und es wurde immer wieder so oft ach naja naja ne tritt er denn nach einem wenn man in die magenregen kommt und bist du das gerade aufnehmen das macht er nie aber es ist gerade fast passiert aber er wird schon sehr er wird durchaus garstig so aber er ist halt trotzdem einfach ein netter der dann halt ein nicht verprügelt obwohl das am liebsten machen würde also soviel dazu auf jeden fall haben wir ein großes blutbild machen lassen und ihr könnt jetzt eure vermutungen reinschmeißen wirklich schreibt das jetzt rein machen zu diesem pferd ja das ist wirklich also es ist wir nehmen die kamera zeigen euch das pferd und ihr schreibt mir in die kommentare was ihr vermutet was das blutbild gesagt hat und wenn ihr damit fertig seid dann zeigen wir euch das blutbild was bei raus kam und reden mal was da jetzt so der punkt war oder ist oder ist who knows okay also ist zustand vom poni aber auch mal das ist zumindest nicht mehr mäglich wie er frisst also man macht auch nicht mehr diese pause genau sonst hat er doch mal pausen gemacht aber ich will den jetzt beim fressen nicht stören deswegen werde ich ihn jetzt nicht anfassen aber ihr könnt glaube ich euch ein gutes bild machen wie der stand ist ich finde hier sieht man es noch gar nicht so doll aber wir gehen mal einen schwenk herum so dadurch dass die tiefe gar nicht so richtig zu sehen ist ja wenn wir ihn jetzt antatschen dann haben wir wahrscheinlich drei hüfe geflogen bitte nicht oder zehn möchte ich eigentlich nicht aber so sieht er halt gerade aus und was ihr jetzt kaum sehen könnt weil die kamera halt nicht in der lage ist das vernünftig 3d mäßig zu zeigen ist was für ein loch wir haben also das ist krass und diese muskulatur hier also der part der ist schon wieder dazu gekommen der war auch weg also das muss man sich mal vorstellen auch hier das war alles wenn man jetzt so guckt sieht man es nur noch ein bisschen aber das war auch deutlich schlimmer naja dieses loch hier hinten haben wir immer noch das hier ja und das sieht man auch ne also auf einem kannst du anatomie üben da kannst du anatomie üben ja das stimmt allerdings ne spatz geht ein bisschen durchgebuschelt sieht er gerade aus weil wir ihn vorhin gekrault haben aber ansonsten ja das ist der stand aber ihr müsst euch auch vorstellen bei der atmung also wir haben ja auch schon gesagt die atmung wird in gewissen stand nie wieder überschreiten höchstwahrscheinlich das ist schon wieder gut ihr müsst euch vorstellen an dem tag als es so ganz schlimm war dass man hier wirklich also es kam alles raus beziehungsweise rein je nachdem wie man sieht also der ganze part den hat er komplett eingezogen und man konnte den kompletten rippenbogen sehen und dreimal so schnell und dreimal so schnell ja ja also das war das das war richtig schlimm aber auch von nichts tun vom rumstehen also vor allem auch jetzt auf gleich ne also das war schon krass cut wir sind wieder da also ihr habt jetzt dieses pferd gesehen und glaubt mir es war noch schlimmer ja der ist jetzt schon wieder aufgefüttert ja das ist traurig das ist die wahrheit innerhalb von das ist jetzt eine woche her anderthalb wochen ist das jetzt her dass er wieder angefangen hat zu fressen zirka ja und ihr habt jetzt alle fleißig in die kommentare geschrieben was ihr vermutet was man im blutbild sieht und ich wette wir zeigen euch jetzt das gegenteil so sieht nämlich das blutbild aus da könnt ihr jetzt meinetwegen auch nochmal stopp machen euch das in ruhe ansehen und so weiter und wie ihr seht sehen sie nichts also auffällig sind die monozyten und der chloridwert der sehr niedrig ist monozyten die sehr hoch sind aber jetzt auch nicht super krass aussagekräftiges gar nichts so der tierarzt der das blutbild abgenommen hatte den hatte ich dann so angeschrieben und war so ja was ist denn mit dem blutbild was ist mit dem blutbilder und kann so ja also das ist jetzt nicht so aussagekräftig oder habe ich noch um die werte gebeten und dachte so ok hat er halt auch recht ich kann ja auch nicht zaubern oder hell sehen sowohl das was jetzt da abgeht so ja so also der 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 guest der da ist ist so es gab eine infektion welcher art auch immer die am abklingen ist also noch der rest quasi so im ausscheide prozess daher auch einen elektrolytwert etwas im keller aber seltsam ist halt dass es nur der eine ist monozyten halt auch ohne irgendetwas anderes noch dazu erhöht tja keiner weiß so richtig und wir sind jetzt vor allen dingen halt auf dem auf dem punkt dass wir sagen so ok ja danke für die info dann danke dass wir jetzt genauso viel wissen wie vorher und dass wir jetzt thema magen vor allen dingen halt hauptsächlich angehen wollen tierarzt kommt wieder wir werden sehen was bei rauskommt ja aber hättet ihr das gedacht dass das blutbild so aussieht wir auch nicht wir hatten auch einiges vermutet was hattest du vermutet was so nah wir waren ja uns alle einig vielleicht selenmangel vielleicht fette entzündungswerte das ist ja so ein bisschen das ding eigentlich wird gesagt wenn magen was ist dann sind auch die entzündungswerte hoch so das problem an der sache ist tatsächlich die sind eben nicht hoch wo dann natürlich alle wieder sagen ja dann kann es ja nicht der magen sein und vielleicht ist es halt jetzt nicht das fette magen geschwürt was gerade geplatzt ist oder zum glück wahrscheinlich nicht aber wir wollen auch gerne dass das nicht passiert das muss ja nicht sein und irgendwie habe ich jetzt teilweise das gefühl ich meine es ist ja schon schlimm und trotzdem ist so ich habe die werte sind da wo okay ja wissen wir auch nicht ja aber wie wir damit weitermachen also vor allen dingen wenn wir halt mehr wissen wir warten jetzt weiterhin auf tierarzt einschätzungen diagnosen behandlungen etc würde ich sagen dass er war das erfahrt ihr dann im nächsten video vielleicht können wir dann auch schon wieder ein bisschen was mit ihm machen weil das ist ja jetzt leider auch komplett ausgefallen also hätten euch gerne irgendwie ein paar schöne reit videos gezeigt oder hey wir konnten endlich wieder ein bisschen auf dem platz anfangen seichte weil das war eigentlich der plan dass wir hatten das go bekommen von der osteo wir dürfen mit großen bahnfiguren vorsichtig bisschen wieder auf dem platz anfangen ist alles weggefallen wir sind froh dass er überhaupt steht und laufen kann mehr als kleine spaziergänge ihn mal ein bisschen putzen und zum grasen rausstellen wir haben den der war quasi unser hof und wir haben einfach den ganzen tag gefühlt wenn keiner da war natürlich also keine anderen pferde da waren haben wir einfach aufgemacht und dann durfte der auf dem hof rumlaufen und essen was er wollte weil es wir waren an dem punkt es war uns fast egal was er frisst die sache der frisst was ja aber hat er nicht so aber er ist auch immer wieder hierher zurückgekommen das war irgendwie fasziniert trinken und zum päuschen machen und dann ist er wieder raus und haben schon gewitzelt wir kaufen ihm einfach so eine kuhglocke und lassen ihn halt frei über den hof laufen wie die mini chatties auf manchen höfen so oder so in den alpen natürlich nicht alles nur flachs aber ja auf jeden fall trainingstechnisch war gar nichts mal sehen ob wir damit demnächst vielleicht wieder anfangen können deswegen sorry dass es jetzt sozusagen nur ein ein laber video mal wieder ist aber gehört es halt auch dazu und wir hatten uns ja von anfang an auch vorgenommen an der stelle immer ehrlich mit euch zu sein und euch halt auch die schlechten seiten zu zeigen und nicht nur oh mein gott alles wird gut und alles ist geheilt und alles ist super weil so ist es nämlich nicht es wird immer wieder solche tiefs geben in welcher form auch immer das war jetzt überraschend das war jetzt null ja weil es auch wirklich von einem ins andere gekippt ist ja von ja nun gut also dann bin gespannt was ihr sagt vor allen dingen halt auch was ihr vielleicht noch für vermutungen habt und so weiter haut es gerne in die kommentare lasst dem video sehr gerne ein like dafür weitere updates vom pony und wir wünschen euch noch einen wunderschönen tag oder abend und bis zum nächsten mal